Felbert bei Wuppertal. Die 17-jährige Regina Neudorf ist mit ihren Freunden in der Disco. Dann will sie alleine nach Hause. Doch dort kommt sie nicht an. Ich komme. Oberhausen. Zwei kleine Mädchen im Visier eines Fremden. Was führt der Mann im Schilde? Wir sind da. Norderstedt. Ein Landwirt wird zu Hause überfallen. Doch der resolute Bauer gibt sich nicht so leicht geschlagen. Wagt euch vom Acker! Ich spieße euch auf!